Herzlich willkommen zu einem kurzen Erklärvideo zu Breakout Rooms in Big Blue Button einrichten. Sie möchten im Rahmen Ihrer Lehrveranstaltung aktive Arbeitssessions mit Studierendengruppen durchführen? Dies können Sie mit Breakout Rooms in Big Blue Button umsetzen. Möchte man die Studierenden in Breakout Rooms transferieren, so klickt man auf das Zahnrad-Symbol und wählt Gruppenräume erstellen. Dies gibt Ihnen einige Optionen zum Einrichten der Rooms. Standardmäßig werden die Studierenden zufällig den Breakout Rooms zugewiesen. Es gibt jetzt zwei davon, aber man könnte auch drei oder mehr Breakout Rooms erstellen. Mit Klick auf Zufällig ordnen werden die Studierenden mit Zufallsprinzip zugewiesen. Wenn Sie allerdings mit bereits bestehenden oder fixen Gruppenaufteilungen arbeiten möchten, so können Sie Studierende per Drag & Drop in bestimmte Breakout Rooms ziehen, um die Aufteilung anzupassen. Je nach Aufgabenstellung, die Ihre Studierenden bearbeiten sollen, also beispielsweise ein kurzes Brainstorming in der Gruppe oder eine intensive Arbeitsphase zur Bearbeitung einer Fragestellung, können Sie unterschiedliche Zeitlimits setzen. Es empfiehlt sich allerdings nie weniger als fünf Minuten Zeit zu geben, da die Studierenden in den einzelnen Breakout Rooms zuerst ankommen müssen, bevor er produktiv gearbeitet werden kann. Arbeiten Sie immer mit denselben Gruppenzusammenstellungen? So könnten Sie mit Klick auf Den Teilnehmern erlauben, sich selbst einen Gruppenraum auszusuchen. Studierende dazu auffordern, in den jeweiligen Ihnen zugewiesenen Breakout Room selbstständig einzusteigen, sodass keine Zeit für etwaige Vorbereitungen der Breakout Rooms von Ihrer Seite eingeplant werden muss. Auch könnten Sie den nummerierten Breakout Sessions Themen zuweisen und die Studierenden beim Beitreten in den jeweiligen Raum selbst entscheiden lassen, welches Thema Sie bearbeiten möchten. Als Ersteller oder Erstellerin der Breakout Rooms kann ich hier auf der linken Seite alle Breakout Rooms sehen und welche Personen sich darin befinden. Irgendwann wird auch das Zeitlimit erreicht sein. Man kann hier die verbleibende Zeit sehen und es zu Ende laufen lassen oder vorzeitig beenden, indem man hier auf Gruppenräume beenden drückt. Die Personen in den Breakout Rooms werden dann eine Meldung bekommen, dass die Konferenz beendet wurde. Keine Sorge, es geht dabei nur um die Breakout Rooms. Das eigentliche Big Blue Button Meeting läuft natürlich noch.